Ja, vielen Dank, dass ich nochmal was vortragen darf. Aufmerksame Zuhörer werden es bemerkt haben. Ich lese die ganze Zeit aus einem Buch vor. Es ist mein Buch, man kann es käuflich erwerben. Es ist ja schon wieder Vorweihnachtszeit, also falls wer sehr früh dran sein möchte, 9,90 Euro für fast 300 Seiten ist betriebswirtschaftlich gesehen auch ein schönes Verhältnis. Ich lese jetzt einfach nochmal was daraus vor und dann vielleicht fällt das als Kaufentscheidung nochmal ins Gewicht. Positiv oder andersrum. Der Text heißt Pippi und der ADHS-Wahn. Experten gehen davon aus, dass etwa 2-6% aller Kinder und Jugendlichen unter ADHS leiden. Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. Schon wenn man diese Diagnose voll ausformuliert hört, möchte man etwa 3000 Mal mit dem Kopf auf die Tischplatte schlagen. Gemeint sind damit in erster Linie die Minderjährigen, die im Supermarkt hysterisch schreiend auf den Fliesen kreisen, dabei eine exakte 360 Grad Hubschrauberbewegung nachahmen und am Ende durch die stärker werdenden Rotationskräfte ihre Schuhe in die Gemüseauslage katapultieren. Das alles tun sie nur aus einem einzigen Grund. Nein, nicht, weil ihre holde Frau Mutter sich weigert, irgendeinen dämlichen Schokoriegel zu kaufen. Sie tun es auch nicht etwa deshalb, weil die Schlange an der Kasse zu lang ist und der Opa hinter ihnen so komisch riecht. Und auch die barsch vorgetragene Bitte des stämmigen Marktchefs, sofort aufzuhören, mit den Ananaskonserven in einer Wassermelone Bowling zu spielen, war nicht der Auslöser für das am Boden kreisende Menschenkind. Nach den neuesten Erkenntnissen der Schulmedizin leidet der halbwüchsige Brummkreise schlichtweg an einem Ritalin-Mangel. Ritalin, früher arschvoll genannt, ist ein modernes und vor allem profitables Psychopharmaka, mit dem aufmüpfige und bewegungsfreudige Rotznasen ruhiggestellt werden. Bei Beamten wird Ritalin schon seit Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt. Kaum einer bewegt sich noch. Weder geistig noch körperlich. Wussten Sie eigentlich, warum es im Rathaus keine Weihnachtsfeier mehr gibt? Man findet keine Band, die so langsam spielen kann. Egal, zurück zum Ritalin. Der Verbrauch dieser Kinderdroge ist in den letzten 20 Jahren von 34 Kilogramm auf 1,8 Tonnen gestiegen. Das entspricht einer Steigerung von über 5000 Prozent. 330 Millionen Dollar Umsatz machte Novartis, der Hersteller der Arschkriecherpille, im vergangenen Jahr mit der Ritalin-Gruppe. Sie war einer der 20 größten Umsatzbringer des Konzerns. Allein im vergangenen Jahr stieg Novartis weltweiter Umsatz mit Ritalin-Produkten um 37 Prozent. Der deutsche Marktführer, die Firma Medici Arzneimittel Pütter, konnte mit Methylphenidat-Produkten den Firmengewinn innerhalb weniger Jahre verdoppeln. Wir mussten jedes Jahr 20 Prozent mehr Mitarbeiter einstellen, sagt Geschäftsführer Richard Ammer Stolz. Den Gesamtmarkt in Deutschland beziffert er auf 90 Millionen Euro. Dabei wirkt Ritalin hochdosiert wie Kokain. Es verändert die Psyche und gilt als leistungssteigerndes Dopingmittel, das hochabhängig macht. Die Nebenwirkungen von Ritalin? Schlafstörungen, Essstörungen, Bluthochdruck und vermindertes Wachstum. Die Zahlen verdeutlichen, dass ADHS und Ritalin mittlerweile ein riesiger Markt geworden sind. Es gibt viel Geld zu verdienen. Und überall, wo Profite schlummern, bleibt heutzutage nur zu gern die Moral und die Ethik auf der Strecke. Die Frage ist doch, wenn diese Rabauken gegen gesellschaftliche Normen und Regeln verstoßen, haben sich dann die Rabauken oder haben sich die Normen und Regeln verändert? Seien wir doch mal ehrlich und schauen wir zurück auf unsere Kindheit. Es gab schon immer sehr lebhafte Kinder, Raufbolde, Träumerinnen, furchtlose Draufgänger, Schulverweigerer, aufmüpfige Zeitgenossen und Kreativgeister, die nichts zu Ende bringen konnten. Wir haben diese Knirpse bewundert und verehrt. Beispiele gefällig? Gerne. Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberger, Pumuckel, der Zappel Philipp aus dem Struvelpeter, Pedersen und Findus, alle diese Helden unserer Kindheit zeigen eindeutige Symptome von ADHS. Aber wir haben sie geliebt. Geliebt vor allem wegen ihrer Verrücktheit, ihrer Experimentierlust und ihren unkonventionellen Ideen. Und nicht zuletzt, weil sie so herrlich chaotisch waren. Sie waren das Gegenteil von Langeweile. Heute würden ihnen Kinderärzte und Psychologen eine Störung oder ein Defizit bescheinigen. Pumuckel müsste Ritalin schlucken, Pippi Langstrumpf käme in eine Therapie und Michel aus Lönneberger in eine geschlossene Wohngruppe. Was ist nur los mit uns? Warum fällt es uns so schwer, mit unaufmerksamen Traumtänzern und impulsiven Chaoten umzugehen? Weshalb fördern wir nicht einfach die Stärken dieser Kinder, statt sie durch Medikamente, Stromlinienförmig und aalglatt in unsere Schablonen zu pressen? Ein Gedicht beleuchtet das ganze Drama auf wunderbar poetische Weise. Mit dem Kopf sagt er Nein, aber mit dem Herzen sagt er Ja. Er sagt Ja zu allem, was er mag. Er sagt Nein zum Lehrer. Er steht da, er wird geprüft und alle Aufgaben sind gestellt. Plötzlich ergreift er ein irres Lachen. Er wischt alles aus. Die Ziffern und die Wörter, die Daten und die Namen, die Lehrsätze und die Fangfragen. Und trotz der Drohung des Lehrers, verspottet von den Wunderkindern, nimmt er alle bunten Kreiden des Lebens, auf der schwarzen Unglückstafel malte er das Gesicht des Glücks. Und ein Gedanke vielleicht noch zum Schluss. Die heutige Elterngeneration war damals Fan von Pumuckel, Heidi, Bine Maja oder auch Tom und Jerry. Herausgekommen sind Kinder, die angeblich ADHS haben und mit bunten Psychopillen gefüttert werden müssen. Die Helden der Jugendlichen von heute tummeln sich im Dschungelcamp, machen sich bei DSDS zum Vollhorst, suchen als intelligenzbefreite Bauern eben solche Frauen und tauschen sie im nächsten Sendeformat gleich noch untereinander aus. Und am Nachmittag sitzen dann alle neunmal Klugen in irgendwelchen Talkshows oder spielen in Reality-Soaps mit, die solch obskuren Namen tragen wie, Alter, ich mach dich Schulhof. Die große Bildungsreportage auf RTL 2. Man will sich gar nicht ausmalen, was die zukünftigen Kinder dieser ADHS-Zombies später einmal für Wesenszüge offenbaren werden. Dankeschön. Applaus Vielen Dank.